Ah, Baby Gain Master, nein, du wirst ihn niemals fлатeln. Hey. Äh, 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 hih, 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 wo, wo bin ich? Baby Gain Master, ja, stimmt, Baby Gain Master hat mich beim letzten Mal befreit. Baby Gain Master, Moment mal, was ist denn hier los? Baby Gain Master, bist du hier drin? Oh Gott, oh Gott, Leute, es brennt. Oh, 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 Autsch Kann ich hier, Baby Game Master Aua, ah, ich brenne, Hilfe Es muss weggehen, bitte geh weg, oh gut, oh gut Oh nein, ah, Hilfe Okay, Tür zu Geht es noch weg? Oh, es ist weg Und hey, Freunde Da seid ihr wieder, freut mich wirklich mega Dass ihr wieder eingeschaltet habt Vergesst auf jeden Fall nicht, jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren Und rechts eben auf die Glocke zu drücken Damit ihr ein Teil der Icky Army werdet Der coolsten Army Auf ganz YouTube, das würde mich super freuen Und wisst ihr, was mich auch freuen würde? Ganz genau, wenn ihr dem Video Jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet Also einen Like da lasst So, wir haben hier beim letzten Mal Waren wir hier in der Rakete und das war eine Falle Vom Game Master Ich bin hier reingefallen und war dann da ganz unten Und Baby Game Master Hat uns befreit Und diesmal werden wir Baby Game Master suchen So, Baby Game Master, wo bist du? Ich will mich revanchieren So, wir gehen jetzt erstmal hier runter Oh Gott, oh Gott, ist das hoch Oh, oh Und es ist auch schon dunkel geworden Oh nein, wenn es dunkel ist, habe ich total Angst So, zack Oh, oh, oh Was ist hier los? Ah, hallo, Licky Ich bin es, der Game Master Wo ist Baby Game Master? Raus mit der Sprache Haha, er ist im anderen Stadtviertel Du wirst ihn niemals finden Hey Tschüssi Hallo, ah Autsch Game Master Wo bist du hin? Oh Gott, oh Gott, Leute Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ich habe keine Idee Soll ich vielleicht hier rüberspringen und Ah, Autsch Ah Oh, hier kann ich die Tür gar nicht öffnen Was soll ich tun? Und Ah, Autsch Oh Gott, oh Gott, Leute Der Game Master hat mir schon wieder eingesperrt Das kann doch wohl nicht wahr sein Aber ich habe eine Idee, wie ich hier rauskommen kann Und zwar Könnte ich hier hochklettern Und dann hier runterspringen Moment So Und Ja Und zack Oh, seht ihr, Leute? Ey, man muss nur schlau sein und sich zu helfen wissen Super duper So Haha Ich habe den Game Master ausgetrickst Der wollte mich da gefangen nehmen Aber Hass hat nicht geklappt Huch Das Telefon hier klingelt ja Zack Hallo Wer ist da? Haha Ah, Icky, du hast es schon wieder geschafft Du bist ziemlich intelligent, Icky Aber Die nächste Challenge schaffst du niemals Gehe zum neuen Stadtviertel, wo die Feuerwehr ist Dort ist irgendwo Graffiti Und dort habe ich eine Challenge für dich Um Baby Game Master zu retten Musst du es schaffen Hahaha Du Feestling Lass Baby Game Master in Ruhe Oh Er hat aufgelegt Okay Habt ihr gehört, Leute? Wir müssen jetzt Zu der Feuerwehr Ganz schnell Oh, wir müssen uns beeilen Der arme Baby Game Master Oh nein Oh, was ist das denn? Omega Agenten Und nachladen Und zack Und pippe pippe pang Pippe pang Geh aus dem Weg Omega Ich muss Baby Game Master befreien Zack Zack Haha Und ha Super duper Wir haben die besiegt So Dann würde ich mal sagen Das schmeißen wir mal hier hin Und Wo ist jetzt hier Die Feuerwehr? Die ist da drüben Okay Da hat er gesagt Wir müssen zu Graffiti Und dann ist dort die nächste Challenge Okay Wo ist denn hier Graffiti? Jetzt müssen wir erstmal Graffiti finden Hm Hier? Nein Graffiti 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 Hm Hier irgendwo Graffiti Was ist denn Graffiti? Da Das ist Graffiti Oh Und da ist eine Kiste Das meint bestimmt der Game Master Okay mal gucken Challenge von GM Bestimmt bedeutet das Game Master Okay Wir lesen uns das jetzt mal zusammen durch Leute Hallo Icky Du brauchst dreimal Werwolfs Fell Um Baby Game Master zu befreien Töte die Werwölfe Game Master Werwölfe? Oh Gott Oh Gott Leute Ich hab Angst vor Werwölfen Wisst ihr was Werwölfe sind? Das sind Menschen Die sich bei Nacht Also bei Vollmond Zu Werwölfen verwandeln Oh Gott Oh Gott Also Der Mond scheint auch Das heißt Okay Und hier muss ich wahrscheinlich Das Werwolfs Fell dann reintun Hm Okay Okay Leute wir machen das jetzt so Wir sammeln jetzt Werwolfs Fell Und dann packen wir das hier rein Und dann werden wir Baby Game Master befreien So Das kommt nach oben Die Pistole wird nachgeladen Und jetzt müssen wir hier irgendwo Werwölfe finden Drei Stück Aber wo sollen die denn sein? Hier vielleicht Werwölfe Oh hier ist keiner Oh Leute ich hab total Angst vor Werwölfen Die sind total groß und gruselig Ähm Filmcrew Vielleicht ist ja hier einer Werwölfe Oh ich dachte schon du bist ein Werwolf Aber du bist ja nur eine süße Kuh Was ist das denn hier? Du bist ja eine süße Krabbe Hallo Hehe Oh oh Leute Seht ihr das? Da vorne Ist ein Werwolf Wir müssen ihn besiegen Okay Das schmaß ich mal hier hin So Pistole in die Hand Oder Schwert Werwolf Oh nein Ah Geh weg du Fiesling Gib mir dein Fell Ich muss Baby Game Master befreien Und du arbeitest mit dem Game Master zusammen Und P-p-p-peng Oh p-p-p-peng Oh p-p-p-peng Haha Und mit dem Schwert Oh der macht total viel Schaden Leute Autsch So zack Und zack Und ha Oh Schaut mal Einmal Fell Super Jetzt müssen wir nur noch Zwei weitere Werwölfe finden Okay Dann klettern wir jetzt mal wieder hier rüber So Und hier irgendwo müssen auch noch mehr Werwölfe sein Und Autsch Und so Zack Und ich würde sagen Sollen wir mal hier gucken Ach Quatsch Da drin sind bestimmt keine Werwölfe Bestimmt im Wald Hier irgendwo Werwölfe Oh Leute Nicht dass der Hinter irgendeinem Baum auf mich wartet Und mich dann Aus dem Hinterhalt angreift Oh Okay Okay Hier ist keiner Werwölfe Sind hier irgendwo Werwölfe Werwölfe Mal Schwert in die Hand nehmen So Oh Gott Oh Gott Ich hab total Angst Wo Ey hier Mich kräft ein Werwolf an Wo denn Wo bist du Werwolf Wow Hinter mir Autsch Ah Hilfe Und zack Und Nachladen Und Zack Ihr lasst Baby Game Master in Ruhe P-p-p-peng P-p-p-peng P-p-peng Und Wird beschwert Haha Und Ihr wollt Baby Game Master aufessen Das könnt ihr vergessen Und Nachladen Und P-p-p-peng P-p-p-peng Haha Oh super Nochmal Werwolfs Fell Super Duper So das können wir hier wegschmeißen Die sind leer Okay Und wo kann jetzt der dritte Werwolf sein Autsch Das war hoch Wir gucken mal bei der Feuerwehr Vielleicht ist ja der dritte Werwolf in der Feuerwehr versteckt Oder im Fortnite Laden Nein So Die Pistole hat noch Schuss Super Dann würde ich sagen Gehen wir mal hier in die Feuerwehr rein Und schauen mal ob hier der Werwolf drin ist Werwolf Bist du hier Werwolf Hier hoch Und Werwolf Werwolf Ist runtergefallen Werwolf Hallo Oh Ah Da unten bist du ja Und P-p-p-peng P-p-p-peng Und nachladen Und so Zack P-p-peng Oh p-p-p-peng Oh p-p-peng Du hast keine Chance Werwolf Ich mach dich fertig Rück Baby Game Master raus Na los Und Ha So Super Wir haben jetzt das dritte Fell gefunden Das bedeutet Wir können die alle zur Kiste bringen So Moment Zack Und Auf geht's Und Freunde Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat Dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal Dann seid ihr ein Teil der Icky Army Und drückt gleich auf die Glocke Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben Und schaut euch unbedingt alle anderen Videos von mir an Wir geben jetzt Das Fell ab Und Ja Hä Baby Game Master Nein Baby Game Master Was ist passiert Kannst du noch reden Rede mit mir Nein Wir müssen schnell Hilfe holen Aaaaaah Aaaaaah Untertitelung des ZDF, 2020